Aktives Lernen bedeutet, dich einzubringen, mit anderen zusammenzuarbeiten und Konzepte in der realen Welt umzusetzen. Es ist geistige Schwerstarbeit. Aber du kannst dir dadurch die Inhalte besser merken, verstehst sie besser und kannst sie auf andere Situationen übertragen. Warum funktioniert das so gut? Um das zu beantworten, muss man wissen, dass sich unser Gehirn zwei grundlegende Fragen stellt, wenn es entscheidet, was es sich merken soll. Kann ich es verstehen? Und muss ich das wissen? Wenn du dich fragst, kann ich es verstehen, stellt dein Gehirn die neue Information immer auf das Fundament des schon vorhandenen Wissens. Wenn das Fundament fehlt, weiß das Gehirn nicht, was es mit der Information anfangen soll. Und deshalb wird es sie verwerfen. Mit anderen Worten, dein Gehirn muss grundlegende Neuronenverbindungen aufbauen, damit neue Informationen daran anknüpfen können. Das ist der Grund, warum aktives Lernen zwar geistig anstrengender, aber auch entscheidend für das Lernen ist. Wenn wir uns fragen, muss ich das wissen, trennt unser Gehirn zwischen dem Material, das es für wichtig hält, und dem, das es vergessen kann. Wenn die neue Information wahrscheinlich nie wieder gebraucht wird, ist das Gehirn schlau genug, sie wegzuwerfen. Wenn dein Gehirn denkt, dass es die Informationen wieder benötigen wird, zum Beispiel, um deinen sozialen Status zu erhöhen, wird das Gehirn sie im Langzeitgedächtnis speichern. Damit sie dort bleibt und leicht abgerufen werden kann, musst du sie nur regelmäßig nutzen oder an sie denken. Um zu verstehen, wie aktives Lernen im Klassenzimmer angewandt wird, schauen wir uns die Lehren vom Professor Karl Wiemann an. Einem Physik-Nobelpreisträger und führenden Verfechter der Methode. Sie besteht aus vier Schritten. Schritt 1 Vor dem Unterricht lesen die Schüler die Grundlagen der Lektion nach. Sie bekommen so eine Vorstellung von den Begriffen und grundlegenden Zusammenhängen. Professor Wiemann beginnt den Unterricht mit einer kurzen Einführung und gibt dann den Schülern Fragen, die sie lösen sollen. Die Schüler benutzen dazu Klicker. Kleine Geräte, mit denen sie die Multiple-Choice-Fragen beantworten können. Als Alternative oder für komplexe Probleme werden auch Arbeitsblätter ausgeteilt. Schritt 2 Wiemann gibt eine Aufgabe vor und bittet alle Schüler mit ihrem Klicker, eine von drei möglichen Antworten zu wählen. Dies hat zwei Vorteile. Erstens bekommen der Lehrer einen Eindruck davon, wie viele seiner Schüler das Thema bereits verstanden haben und zweitens konzentrieren sich die Schüler nun auf die Frage. Sie wollen wissen, ob sie richtig lagen. Dabei ist es wichtig, dass die Frage sowohl herausfordernd als auch interessant ist. Das Ganze dauert weniger als fünf Minuten. Schritt 3 Ohne den Schülern mitzuteilen, wie sie abgestimmt haben und nach der Peer-Instruction-Methode von Eric Masur, welche Fragen, Austausch mit den Schülern, Abstimmungen und Gruppendiskussionen beinhaltet, tauschen sich die Schüler dann mit einem oder zwei Mitschülern über die Frage und ihre Antworten aus. Idealerweise mit jemandem, der anderer Meinung ist. Während der Diskussion müssen die Schüler eine Begründung für ihre Antwort geben und erläutern, warum die anderen falsch liegen könnten. Der Lehrer geht in der Zwischenzeit herum, hört den Schülern zu, um ein Gefühl für ihre Gedankengänge zu bekommen und beantwortet kurze Fragen. Dann gibt es eine zweite Klicker-Abstimmung. Und erst jetzt werden die Ergebnisse gezeigt. In der Regel ist die zweite Abstimmung viel besser als die erste, da die Schüler viel aus ihren Diskussionen lernen. Eine ideale Aufgabe hat in der ersten Abstimmung etwa 30 Prozent und in der zweiten 85 Prozent richtige Antworten. Das Ganze dauert etwa sieben Minuten. Schritt 4 Jetzt führt der Professor eine Diskussion mit allen Schülern, um ihnen Feedback zu geben und die verschiedenen Argumentationen zu erforschen. Welche davon ist richtig? Und vor allem, welche ist falsch und warum? Erst ganz zum Schluss erklärt Professor Weeman die richtige Lösung und beantwortet Anschlussfragen. Anhand der Fragen, die die Schüler stellen, kann er feststellen, wie gut sie das Thema verstanden haben und entscheidet, ob es an der Zeit ist, das nächste Thema zu behandeln. Es gibt drei Gründe, warum aktives Lernen so gut funktioniert. Erstens. Die Schüler beschäftigen sich aktiv mit interessanten Problemen. Und da sie alle gleich zu Beginn für eine Antwort gestimmt haben, haben sie ein Interesse am Ergebnis. Dadurch entscheidet ihr Gehirn, dass die behandelten Informationen wichtig genug sind, um sie sich zu merken. Somit sind sie empfänglicher für das Gelernte. Zweitens. Durch das Lösen von Aufgaben allein und in Gruppen tauchen sie tief in den Stoff ein. Das Thema einem Gleichaltrigen zu erklären, aktiviert neue mentale Prozesse. So bauen sie neue synaptische Bahnen in ihrem Gehirn auf. Drittens. Die Erklärung des Lehrers erfolgt erst dann, wenn sich die Schüler bereits ihre eigenen Gedanken über das Konzept gemacht haben. Zu diesem Zeitpunkt macht die Erklärung mehr Sinn, da das Gehirn die neuen Informationen mit all den Gedanken verbinden kann, die es gerade selbst gebildet hat. Die richtigen Antworten haben eine solide Grundlage. Eine Vielzahl von Studien hat einen großen Unterschied in den Ergebnissen zwischen passiven und aktivem Lernen nachgewiesen. In einem sorgfältig durchgeführten Experiment unterrichteten Physiklehrer ihren Studiengang auf zwei Arten. Einige Klassen wurden in einem konventionellen Stil unterrichtet und andere mit aktivem Lernen. Obwohl es die gleichen Lehrer und ähnliche Schüler waren, verstanden die aktiven Lerner im Durchschnitt doppelt so viel bei einem Test am Ende des Kurses. Andere Experimente haben gezeigt, dass auch das Langzeiterinnerungsvermögen höher ist. Schüler, die einen konventionellen Unterricht mit anschließendem Test besuchen, vergessen etwa 90% des Materials innerhalb von sechs Monaten. In einer aktiven Lernumgebung können Studenten zwei Jahre später mehr als 70% des Gelernten bewahren. Manchmal stellen Lehrer eine Aufgabenstellung vor und zeigen dann der Klasse, wie man sie löst. Sie glauben, ihr eigenes Denken kann man einfach durch eine Erklärung in den Kopf des Schülers übertragen. Mit neuen Ideen funktioniert ein Gehirn leider nicht so. Wenn das Gehirn diese Ideen nicht aktiv und selbst entwickelt, ist es so, als hätte es das Ganze nie gehört. Wie sieht es bei dir aus? Hast du jemals in einer aktiven Lernumgebung gelernt? Und wenn ja, wie ist es im Vergleich zum Lernen auf die herkömmliche Art? Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Onlinekurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com slash sprouts. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutschools.com. Bis zum nächsten Mal.